Hallo, ich bin Juli, ich bin hier in Österreich auf dem Dream Spirit Festival und ich war heute bei der Ayla, die macht Gebärmutterreinigungen für Frauen. Und ich möchte euch von meiner sehr, sehr intensiven und schönen Erfahrung erzählen. Ich war da mit 40 von 10 Frauen zusammen und wir haben geatmet in die Gebärmutter und haben reingeschweben. Und auch die Körperbewegung, die Gebärmutterreinigungen und die negative Energie in die Erde. Und die Ayla und ihre sehr schönen, wundervollen Kollegen haben getroffen. Und es ist sehr viel passiert in meiner Gebärmutter. Ich habe wirklich gefühlt von diesen negativen Energien in meiner Familie, welche da präsent sind, also während der Reise, also sowas wie zum Beispiel den Alkoholismus von meinen Generationen oder anderen Themen. Und ich habe wirklich diese Energie gespielt und ich konnte sie wirklich abgeben. Und ich konnte in einer sehr, sehr, sehr tiefen Reise gehen, also auch mit meiner Stimme arbeiten. Und ich habe wirklich gemerkt, wie mein Energiesystem sich total verändert hat. Also auch, wie mein Körper angefangen hat zu kribbeln und es hat sich so stark verändert. Und jetzt fühle ich, wenn ich jetzt rein spüre in meine Gebärmutterreinigungen, fühle ich mich sehr viel entspannter und freier. Und ich wünsche mir von Herzen, dass alle Frauen etwas erleben können. Ja, danke.